Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Hardcore 5 Und ich bin aus dem Bett gefallen Sehr gut Ähm Wollen wir in die Höhle gehen? Ich weiß nicht Ähm, was ist das? Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr gehen soll Ich weiß nicht, was ist das? Ich kann hier raus Jetzt Go Keine Höhle ein gut ist bei euch ich mir die da kommt es noch zu hier haben wir Ich habe alle Schalzware frei und ihre ausgebaut. Und jetzt? Schade. Ähm... Jetzt werde ich springen. Ich bin gespannt hier... ...und dannormuşe ich mich sehr tor... Then... Schade... ... ab falaern ... ... lasse schon mal klar sein... Ich bin ja auch ein Genie, ey. Nur Kohle? Ja, hab ich. Ähm. So, jetzt. Mal dahin, jetzt. Again. Fuck, fucking. Oh. Das war auch. Ich weiß. Oh. Oh, ey. Ich will das Pferd bereit haben. Ich bin auf hart. Ich kann definitiv nicht spawnen. Eventuell Schuhe. Okay, jetzt abgesichert. Ich hab' ein Projekt mit Michael Fackcore. Ich hab' immer Angst, dass da direkt irgendwie so'n... ... von irgendwie so'n Creeper kommt. Alles wegsprengt, ey. Alles wegsprengt, ey. Von hinten so... ... Kohle jetzt. ... 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